So, herzlich willkommen zum 15. Let's Play von Kingdom Hearts 2. So, zur Weltkarte. Wir haben ja die Gummischaltwelten und wie ihr seht haben wir 2134. Tarach. Und alle sind auf 15. Ja, hat der Ender eben auch Spring gemacht. So, und wir haben ja gesagt, wir gehen nach Leveln. Also, Platt der Drache. Leider ist hier nicht Otto der Sprecher. Nee, zu dumm. Ja. Weil eigentlich heißt es ja immer Feuer und Flamme. Für Gina. Und so, sagen wir da immer. Aber das kennt man ja nur von der Playstation 2. Oh, der Dara sieht ziemlich mitgenommen aus. Ja, der Typ mit seiner Adler. Wir wissen nicht, ob er was genau es war. Da ist Ping. Ja, das stimmt nicht. FAMULAN. Das ist Chani. Das ist deine große Chance. Das ist deine große Chance. FAMULAN. 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 Ein bisschen hat die sich als männlich verkleidet. Aber fällt dir überhaupt nicht auf, dass die Brust noch angedrückt ist. Aber das Gesicht ist ja nicht verändert worden. FAMULAN. 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 Blitzwerker sind keine Feuerprobe. Ja, als würde man das nicht sehen, ja. Dass das Gesicht, wenn schon, dann hätte sie noch einen Bart dran kleben müssen oder sowas. Aber das wäre zu offensichtlich. Das wäre untypisch hier, oder? Ja. The land of dragons. Ihr Vater, beziehungsweise der General, hat auch seinen Bart. Ja, Wufi raus. Ping drin. Oh, guck, oh! Na, dann guck mich auch. Aber Feuer, nehm mal die Truhen mit. Fenstersplitter. Und das Lichtblitter, zwei Blätter. Den Felser am Schulschatten zu sehen. Das Speicherpunkt wird ja mal. Kupo! Kupo, was soll ein Angebot hat kaufen? F2, Feuerreif, Eisklammer, Bildspange, Arbaskette. Ui, dies gut. Feuereis und Blutzer sind merklich und erhöhte Abwehr ein wenig. Davon nimmt man gleich 4 mit. Keine 4 Charaktere, ja. So. Ein paar konnten sogar mehr machen. Hm. Gleich mal ausrüsten. Dann... Ah, doch war ich. Ne. E-teams war das. Ne. Ne, der kann sein Chimpin gut bei. Obwohl, der hat bloß keine Abwehr drin. Ja. Ne, war die Arbaskette bei ihm, ja. Ja. Ping kann eine Rüstung und ein Accessoire trinken. Dann... Bring auch immer noch keine. Ach, das war es meinst. Ja. Und Rufi. auch wenn er nicht aktiv mitkämpft. Das kommt sicherlich auch vor da, dass, ähm... der Partner, den man mitgenommen hat, sich... Ja. Ja. Barfield und, ähm... Wir dann mit dem anderen, das hat den Namen, ja. 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 Die... ähm... Melodie ist auch gekommen, ja. Das Rikunlager. Ja. Ah, die drei Waffen da. Äh... Ja, das ist meine Frau. Ja, das ist meine Frau. Ja, das ist meine Frau. Männlich. Äh... Ja... Äh... 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 Oh, der fehlt. Äh... 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 Autsch! Oh, wie der Helfer! Ja... Was da ist wahrscheinlich mein besser nicht reißen? Ja... Oh, der dünn und der fette ist genau... Der ist eigentlich der Gemütigste. Ja... Oh... Der dünn und dünn und voll der Slipper. Ja, aber wenn er immer so ein Faust gibt, macht er einen Flitter auf, oder? Nein! Das ist ein Mädchen. Halt dich zurück, Mushu. Du hast nicht gemeint, Mushu, sondern damit. Jetzt kommt der Chef. General Chung. Ja, aber der sieht komplett gemütlich aus, ja. Chung-Li. Ja. Hehehe, Donald. Stock-Enter. Im Warten des Wortes. Ja. Das ist ja der Bart. Der Hena, der Kleiner. Ach nee. Nur der Große, dem zu mir am coolsten, da aber nichts dran, der Große. Ja, ist auch der gemütliche Schufer in den Wein. Ja, der Trecken-Bart. Der Döchner, mir ehrlich gesagt, auf den Party. Das ist nur das mit der Zeit. Ja. Die Moral. Ja. Glaube ich schon wieder, Dings. Magier, die Dottie hat es tragt. Gib uns nur noch mal einsam, ja. Um die Moral rumzuhalten, ja. Tier 3. Nein. Nennt mir euren Namen. Er ist sauer. Donald. Ufi. Willkommen in meiner Einheit. Eure Kampffertigkeiten sind für die anderen vorbildlich. Du solltest besser nach Hause gehen. Aber... Du solltest mal eine Familie entern. Du solltest also lieber meine Einheit entern. Wenn Ping-Hang trainiert und sein Bestes geht, wird er im Nu stärker werden. Gibt uns einfach eine Aufgabe. Wir werden euch zeigen, dass wir gut zusammenarbeiten. Wir wollten also, dass ihr euch auf die Probestelle. Unsere Befehle lauten, Chanyu's Armee auf ihrem Weg hier herabzufahren. Sie sollten eigentlich über den Tung Chao Pass kommen. Wir werden sie alle machen. Das bezweifle ich. Ihr vier seid die Vorhut. Kontrafft den Pass für meine Einheit aus. Das ist alles. Kein Problem. Nö, so ein Zermütler. Sicher. Die Details las ich euch später wissen. Kommt wieder zu mir, wenn ihr aufbrechen wollt. Denkt an. Die kleinste Aufgabe kann von größter Bedeutung sein. Seid wachsam. Jawoll! Rekrutenlagerkarte erhalten. Erstmal musst du das da. Falls du reinkommst. Das Palleteilige. Leider nicht. Mit dem Struck würde ich es vielleicht nochmal schaffen. Einmal war ich noch. Dann muss ich später das machen. Oh, ich bin voll daneben schlagen gerade. Ich glaube man konnte das nicht schon machen. Dieses Palleteilige? Ne. Und wenn man das dann unter... über Poolstelle kommt, nur um eine Info, ja? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Das ist der Einzelne, der einen Helm trägt. Da. Der trägt den Helm. Die anderen nicht, oder? Doch. Ah doch, ja, die auch. Ne, das war der Anfang. Und da sind wir ja gekommen. Und da war der General trägt den Helm. Und die Langeweile. Bewachen wir das Lager. Das hier als Stelle. Und da kann man ja auch nicht genug laden. Die Pyrotechnik. Aber das bringt neue Lebenspunkte. Ja, ja. Aber später werden wir es brauchen. Zufi hat dann 60 gekriegt. Ja. Hier ist schon mal so schmaulig. Ja. Auf jeden Fall kommen wir hier hin. Ja, ich glaube dafür muss man die erste Chance mit General Chang einquatschen. Damit wir da lachen können. Da ist nämlich der Palace Center. Auf jeden Fall müssen wir ja mal... Mal... Mal für eine Aufgabe mit General Chang sprechen. Vorsicht, bissig. Aber nicht Lion. Ja. Du bist dann gleich noch? So, den Leitz kommen später noch? Ja. Äh, wie man sich in der erste... Hauptmann Chang? Ein Lager noch von den neuen Lernstunden. Nein, du bist gleich losgegangen. Nein, du bist gleich losgegangen. Das General Chang ansprechen damit, obwohl du du lang kannst. Seid mir bereit für eine Aufgabe. Perventivschlag, äh gegen Schlagsuche, äh gegen Schlag, Suche? Äh, kann man denn ja. den präventivschlag sieg alle herzlosen siehe zu dass die moralleiste nicht auf null fällt lassen Sie das sagen was ich meine hier ist es wirklich schon wenn man ein bisschen mehr Angriff und nicht im Sand gelegt hat um das relativ gut zu erfüllen weil das ja als werteslose Moralen sozusagen Wann das gibt's nicht? Außer Baum, Kala und Rally Na und Kaffee Ah die geht kaum runter die Moralen aber wo ich die Dinger nicht alle einsammeln konnte Das habt ihr ganz passabel erlebt Aber bleibt wachsam Das ist erst der Anfang Shanyu Gegenschlag Und die Suche kommt zuletzt weil die ist ein bisschen zeitaufwendiger Ja so ist man ja 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 weil ich mir siege alle Gegner auch, die ihr trefft. Und dazu müssen wir ja die Zelte demolieren. Geht jetzt noch nicht, aber die kommen dann erst hinter den Zelten hier zum Beispiel. Lass dich treffen, du bist wie. Das ist immer richtig schwer von der Zeit. Das ist eigentlich die schwerste Herausforderung hier. Weil das Vieh nicht gleich über Eier auftaucht. Ah, du bist da. Ah, da hast du es auch. Einen sammeln, einen sammeln. Über Eier. Ja. Ah, da. Boah, fast runter schon. Nanos lässt sich treffen. Boah. Und leider verlieren wir noch ganz Moral nicht. Wenn man einen Schlepper kassiert. Schlepper, Schlepper, Daniel. Gibt immer, Donut. Das ist noch ein bisschen Zeit, was ihr wollt. Der hat gute Lage. Der ist leider. Nanos kommt ab. Donut ersetzen Zauberhändler. Ja, war der Ohr. Ernst knapp. Der hat dieser Sache große Rätseln an. Oh, was ich von euch erwarte. Und auch. Euch warten immer noch einige Aufgaben. Bleibt auf der Hut. Er wird maximale AP und den Wert 1 nur im Hauptmenü auswählen. Eine Portion Abilitamin für Sora. Das habt ihr gut gemacht. Ich wusste es. Hauptmann. Ich nehme an, du hast ein paar Fortschritte gemacht. Nicht ein paar, eine Menge. Nein, ihr habt recht Hauptmann. Bitte gebt mir noch eine letzte Aufgabe. Diesmal zeige ich euch, was ich wirklich drauf habe. Gebt ihr noch eine letzte Chance. Kommt zu mir, wenn es losgehen kann. Denkt daran, das mag vielleicht nur eine Feuerprobe sein. Aber es ist trotzdem eine wichtige Aufgabe. Seid auf der Hut. Jawoll. Irgendwie so ein Standardspruch, oder? Ja. Aber ich würde sagen, dass es dann erstmal für dieses Let's Play dann war. Und wir sehen uns dann erstmal am nächsten wieder. So. Und tschüss. Ciao.